Klima-Chaos unterstützt von der Polizei Metropolis Verschwörung der Elite Kellner acht Monate Haft Der Geheimzirkel hinter Habecks Heizhammer, das ist unser heutiger Brennpunkt. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt, der Tag am 20. April. Die sogenannte Wärmewende ist eine der radikalsten energiepolitischen Umbrüche, die dieses Land je gesehen hat. Ab 2024 ist der Einbau von Öl- und Gasheizung nahezu vollständig verboten. Hinter diesem Heizhammer steckt ein immer mächtiger werdendes grünes Netzwerk in der Bundespolitik. Es geht um einen Minister, der unliebsame Mitarbeiter einfach aus dem Weg räumt und durch grüne Genossen ersetzt. Und es geht um eine extrem einflussreiche Familie, die Greichens. Verena Greichen vom BUND sucht auf der Straße den Schulterschluss mit extremen Gruppen. Wir wollen jetzt gemeinsam eine Zukunft aufbauen, die 100 Prozent erneuerbar ist und die gemeinsam verändert. Wir brauchen dafür Bündnisse und deswegen freut mich dieses große Bündnis heute innerhalb der Bewegung. Wie groß ist die Macht der Greichens und wie schaffen sie es, die deutsche Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen? Darüber sprechen heute unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Redakteur Sven Eckers. Wenn man über die Machenschaften im Bundeswirtschaftsministerium sprechen will, kommt man an ihnen nicht vorbei. Die Greichens. Eine sehr mächtige Familie mittlerweile, dank Robert Habeck. Dazu gehört zum Beispiel Patrick Greichen. Patrick Greichen wurde von Habeck zum Energie-Staatssekretär ernannt. Früher war er grüner Lobbyist. Also so schnell kann es mittlerweile gehen. Und der wichtigste Staatssekretär unter Habeck ist ja Michael Kellner, der wiederum der Schwager von Patrick Greichen ist. Denn er hat dessen Schwester Verena Greichen geheiratet. Verena Greichen wiederum arbeitet bei einem Öko-Institut, also bei dem Öko-Institut, eine sehr einflussreiche Organisation. Und sie ist ja gleichzeitig die Chefin des Berliner BUND, Bund Umwelt und Naturschutz. Und ist auch dessen Bundesvorsitzende, kommt auch noch hinzu. Und Verena Greichen und Patrick Greichen haben einen Bruder, Jakob Greichen, der ebenfalls beim Öko-Institut arbeitet, ebenfalls in einer führenden Position. So viel dazu, ja. Um mal zurückzukommen auf Patrick Greichen. Ich habe ja gesagt, er war früher grüner Lobbyist. Das ist ja fast schon Untertreibung. Er war ja der Chef des größten grünen Lobbyvereins, den es eigentlich gibt in Deutschland, nämlich Agora Energiewende. Eine berühmt-berüchtigte grüne Denkfabrik. Berüchtigt deswegen, weil sie eben sehr radikale Vorstellungen hat für die Gesellschaft. Sie hat schon früh einen ausgefordert für Verbrennermotoren, treibt den Windkraftausbau radikal voran. Und fordert auch einen Solardachzwang. Also die sind wirklich krass drauf. Und wenn man sich diese Agora Energiewende mal genauer anschaut, dann bekommt das auch eine ganz andere Ebene, nämlich eine internationale Ebene. Weil Agora Energiewende ist maßgeblich aufgebaut und finanziert worden von der Climate Works Foundation. Eine mächtige US-amerikanische Lobbyorganisation, die wiederum finanziert wird von der Open Society Foundation von George Soros und anderen linken mächtigen Vereinen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und du hast dich ja befasst für das kommende Heft mit der Wärmewende, die jetzt von dieser Truppe, von diesem Zirkel geplant worden ist. Was kommt da auf Deutschland zu und warum ist das so gefährlich? Also Paul, das war wirklich krass, was du da zusammengetragen hast. Und das erklärt auch, warum der Habeck in so kurzer Zeit diese gewaltigen Pläne auch durchziehen konnte, weil er eben diese ganze Bande hinter sich hat. Und dieser angebliche Widerstand der FDP, der wurde von denen weggepustet, als wäre er gar nicht da gewesen. Also eine reine Showgeschichte. Und veralbert sind wieder mal die Bürger. Aber zu deiner Frage, 2024, das ist ja bereits nächstes Jahr. Und da ist es schon so, dass keine neuen Öl- und Gasheizungen bereits mehr eingebaut werden können. Und wer da nicht spurt, der zahlt. Also im Raum stehen 5000 Euro Strafe. Mit bestimmten Voraussetzungen ist es auch noch höher, aber das ist so die Faustregel. Und man will uns also sehr, sehr streng erziehen. Plötzlich sollen wir alle diese Wärmepumpen haben. Und das ist überhaupt nicht ausgereift, das ist nicht klar. Die sind laut, die sind unglaublich teuer und auch überhaupt nicht verbreitet. Und die Leistungsfähigkeit der Wärmepumpen ist auch sehr unterschiedlich. Und viele Bürger, die sich jetzt Sorgen natürlich machen, wie sie diese Umrüstung von den Heizungsauflagen jemals stemmen können, sind in Sorge und müssen möglicherweise ihr Eigenheim, was sie sich immer zusammengespart haben, verkaufen. Und dieser Verkauf ist eigentlich dann eine klassische Enteignung. Und das ist Kosozialismus, von dem wir ja auch immer gewarnt haben. Und auch für die ganze Gesellschaft steht auf dem Spiel, es geht um Altersversorge, es geht um Ersparnisse, es geht um Lebensentwürfe, um unser ganzes gesellschaftliches Miteinander geht es. Und das ist alles übergriffig von der Regierung. Hier wird es attraktiert und so sieht in der Tat grüne Politik dann eben auch aus. Und wie radikal diese Habeck-Vorgaben sind, wird deutlich, wenn man sich mal vor Augen führt, wie es jetzt aussieht, also wie der Ist-Zustand ist. Und da ist es so, es gibt 41 Millionen Haushalte in der BRD und fast jeder zweite wird mit Erdgas beheizt. 25 Prozent Heizöl, 14 Prozent setzen auf Fernwärme und nur drei Prozent sind jetzt mit der Wärmepumpe bereits konfrontiert. Also energiepolitisch wird unser ganzes Land auf den Kopf gestellt. Und perfide ist auch, dass uns künftig still und heimlich so ein intelligentes, angeblich intelligentes Messsystem untergejubelt werden soll. Es gibt also keine herkömmlichen Stromzähler dann bald mehr, sondern sogenannte Smart Meter. Und die können theoretisch melden, wenn es zu warm ist bei dir in der Bude. Und wenn jetzt zum Blackout-Gefahr oder sonstige Engpässe drohen, dann ist der Habeck in der Lage, praktisch per Fernknopf an der Heizung herumzumanipulieren. Und dann denkt man sich, wer denkt sich sowas aus? Und ja, Paul, wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich sowas aus? Vor allem habe ich mich auch gefragt, warum gibt es denn so wenig Widerstand aus dem Wirtschaftsministerium? Weil da arbeiten ja theoretisch nicht nur Leute, die Habeck angestellt hat. Aber wenn man darauf schaut, was er alles für Stellen neu besetzt hat, was er da für Leute rausgeworfen und versetzt hat, da wird einem das klar, der hat dieses gesamte Ministerium nach seinem Willen umgeformt, muss man wirklich sagen. Und es gibt ja auch in allen Ministerien so Referatsleiterposten. Das sind eigentlich reine Beamtenjobs. Das heißt, da sollen Leute arbeiten, die schon immer Beamte waren, die keine politische Absicht haben. Und Habeck hat neun Referatsleiterposten mit seinen Leuten besetzt, nach individueller Auswahl, was eigentlich total untypisch ist. Weil normalerweise werden diese Stellen ausgeschrieben, dann bewerben sich Leute, werden angestellt. So läuft es eigentlich. Und er hat halt einfach diese Posten neu besetzt mit Leuten seiner Wahl, seiner Auswahl. Und da haben auch führende Politologen, wie zum Beispiel Jürgen Falter von der Uni Mainz gesagt, das ist ein eklatanter Bruch mit allem, was es bisher gab mit der deutschen Beamtentradition. Das gab es vorher noch nie in der Form. Und was mir auch untergekommen ist, eine ganz interessante Meldung. Es gibt jetzt auch eine Abteilung Wärme innerhalb des Wirtschaftsministeriums. Und die wird geleitet von einem gewissen Christian Maas. Der auch bei einer grünen Lobbyorganisation natürlich vorher war, nämlich dem Hamburg-Institut, dessen Geschäftsführer war er. Und dieser Christian Maas hat zwei führenden Mitarbeiter in seiner Abteilung den Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt. Und zwar hat er gesagt, die beiden seien zu Russland freundlich. Und hat da um Amtshilfe vom Verfassungsschutz gebeten. Und da sieht man, mit welchen Methoden da gearbeitet wird, um unliebsame Mitarbeiter dann ins Abseits zu drängen. Weil es wurden keinerlei handfeste Belege dafür gefunden, dass die irgendwie für Russland arbeiten. Aber es war de facto Rufmord, weil die natürlich jetzt immer den Stempel haben, Putis Agenten. Das ist unglaublich, dass sich sowas hier bei uns abspielen kann. Man denkt, das ist ein anderer Film. Und die Bevölkerung ist letztlich immer sehr gekniffen. Dann kriegt das müdlicherweise nicht einmal mit. Und so ein Gruselkabinett wie diese Agora-Energiewende, das ist ja schrecklich, dass sowas überhaupt hier in der Form agieren kann. Auch völlig intransparent. Und das klingt ja nett, so Agora-Energiewende. Aber wir haben es ja hier mit einem ganz hinsteren Zirkel zu tun. Und bei den Greichens, was du gesagt hast, da bleibt dann ja wirklich die Spucke weg. Schwager, Bruder, Schwester. Also alles ist, das sind ja Clan-Strukturen, die sich aufbauen. Kriminelle Clowns. Genau so ist es. Und wer ist da noch in diesem grünen Spinnennetz, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Also ganz dick drin ist Rainer Barke, ein grüner Umweltpolitiker und früher ganz eng mit dem Joschka Fischer zusammen gewesen. Also das grüne Urgestein und Außenminister der rot-grünen Regierung damals. Und Barke ist so ein bisschen der Vater dieser Agora-Energiewende. Und der auch damals dafür sorgte, dass sein Kumpel Patrick Greichen sofort stellvertretender Direktor dieses Monstrums werden konnte. Barke ist einer, der das Ende des Verbrennungsmotors schon lange vorantreibt, der diesen massenhaften Ausbau von Windrädern will. Der auch, wie du schon gesagt hast, diesen Solardachzwang sich damit nervt, zumindest mal rum. Und er ist mittlerweile Leiter der Stiftung Klimaneutralität. Und auch die wird massiv aus den USA gepimpert, nämlich vom Climate Imperative Foundation. Und so nehmen die Verstrickung immer neue Zweige an sich und es wird immer wilder. Und wahrscheinlich ist es so, dass die ganze Lobbyarbeit der grünen Fanatiker schon seit 1998 betrieben wird. Nämlich mit Jürgen Trittin als Bundesumweltminister, dass es da schon begonnen hat. Der hatte sich frühzeitig so einen Trupp schon zusammengescharrt und so bürgerfeindliche Energiepolitik schon damals vorangetrieben. Und heute ist es der Chemiker Michael Seiler zum Beispiel, der vehementer Kernkraftgegner, der da sein Umwesen treibt. Dann ist es zum Beispiel Alex Friedrich, der war schon vor Trittin, schon da im Umweltministerium und auch nach Trittin. Und der, das ist so einer, der sagt zum Beispiel hier, Autoabgase seien Körperverletzung mit Todesfolge. Das sind schon Fanatiker, die da unterwegs sind. Und der ist heute Sachverständiger der Deutschen Umwelthilfe. Und auch die kriegt natürlich Zuwendung von diversen Lobbygruppen und wird auch hier gepimpert. Und ganz zum Schluss dick im Geschäft ist noch der Sven Giegold, Europapolitiker der Grünen. Der ist mittlerweile der Staatssekretär bei Habeck. Auch, ja. Und der ist Mitbegründer dieser hausappellantarischen Aktivistengruppe ATTEC. Und im Fokus hat es jetzt geheißen, raus aus Öl und Gas und zwar pronto. Im Rekordtempo haben die Habeck-Boys das konservative Haus einfach so auf grün getrimmt. Also da ist schon erheblich Schaden angerichtet worden. Wobei es ja nicht nur Boys sind, also diese Verena Greichen spielt ja auch eine wichtige Rolle. Wir haben den Einspieler gezeigt, sie ist ja auch regelmäßig bei Demos dabei und sucht zu den Schulterschluss zu radikalen Aktivisten. Und derzeit haben wir ja gerade wieder radikale Ausschreitungen in Berlin. Klimaunruhen kann man sagen. Klimaaktivisten in Anführungszeichen versuchen die Straßen zu blockieren und die Leute zu drangsalieren. Und da ist immer so ein wiederkehrendes Element, diese Zuwendung aus Amerika. Das ist mir aufgefallen, weil auch diese Gruppen werden ja finanziert, zum Beispiel von der Rockefeller Foundation, von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Da sieht man diese Finanzströme, die wirklich über den Atlantik zu uns rüberfließen. Und diese ganze Szene, diesen ganzen Umbau der Gesellschaft finanzieren. Und das ist für mich mittlerweile kein Zufall mehr. Also ich sehe da wirklich eine ganz planmäßige Zerstörung, die Industrialisierung Deutschlands. Und das reicht eben rein bis ins Bundeswirtschaftsministerium, was jetzt mehr und mehr zu einem Klimaministerium wird mit Habecks Freunden. Das ist eine beängstigende Entwicklung. Und erschreckend ist auch, wie sicher offenbar der Habeck sich in seinem Sattel fühlt. Also dem ist auch offenbar ganz gleichgültig, was die Menschen über ihn denken. Die letzten Umfragen sind ja eigentlich eindeutig. Also die gehen ja abwärts für die Grünen, auch für ihn persönlich. Aber auch dieser Heizungswahnsinn wird es noch weiter verstärken, den Trend. Aber er fühlt sich so sicher in seinem Amt und kann sich wahrscheinlich auch sicher fühlen, weil er die Mächtigen hinter sich glaubt. Und noch sind die Mächtigen eben mächtig und verleihen sich gegenseitig Orden, wie jetzt bei der Merkel zuletzt. Und auch der Habeck geht hier übrigens nicht leer aus. Der bekommt also am 11. Juni feierlich in der Frankfurter Paulskirche den Ludwig-Börne-Preis überreicht. 20.000 Euro ist er dotiert. Und zur Begründung heißt es, Habeck erkämpfe sich auf beeindruckende Weise Freiräume durch Nachdenklichkeit. Und seine Aussagen seien stets von gesellschaftswissenschaftlicher Reflexion. Vorgeschlagen wurde Habeck übrigens als Preisträger von Jürgen Kaube, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Paul, oh Mann. Der größte Freiraum ist zwischen seinen Ohren. Den hat er sich hart erkämpft. Liebe Zuschauer, kommentieren Sie gerne wieder mit auf YouTube oder auf unserer Online-Seite kompakt-online.de. Und wie immer gilt natürlich liken, teilen, abonnieren. Darüber freuen wir uns. Mit dem Film Metropolis von 1927 hat der deutsche Regisseur Fritz Lang Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.